Ich bin die Ehre, Ehre. So Atakan, kommst du zu meinem CO? Was heißt denn? Na, komm mal. Ja dann lad mich ein! Hab ich schon, also MC President. Ja, ich hab den nicht bekommen, oder? Doch, hier. Ich seh dich, oder? Warte, chill, chill, warte. Hallo? Ich will ja, die Tür fällt wieder zu. Ach, der lebt noch. Ich dachte, du hättest ihn getötet. Ja, okay. Atakan hat direkt, ich hab meine ganze Panzerung verloren. Anstatt Atakan einfach. Ja, es könnte sein, dass ich schon vorher one shot war. Ja, könnte sein, weil ich dich vielleicht mit der Tasche dann mal angehauen habe, aber okay. Geh nicht raus aus dem Laden, sonst geht das zu. Nee, da ist mir die ganze Kiste. Oh, jetzt hab ich gar nichts mehr. Egal. Aber kann ich mir den holen hier noch? Warte, komm mal rein. Ja, mach ja. Hä? Ist doch schon Polizisten drin. Nö, ich hab gar keinen Stern. Du kannst ein Motorrad rein tun. Hey, du hast was in Chat geschrieben. Warte mal zum alten. Kann jemand ins Chat, äh, kann jemand den Stream mit mir was? Ah, Atakan hat mal die Tür offen. Ich, 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 ich hol Sterne. Ja, ja. Hast du... Ah, Atakan bleibt drin, ne? Komm, bleib drin. Nicht auf dem Boden gehen. Ich hab die Türen jetzt offen gelassen. Ey, ich würde dich so auslachen, da kann damit er auf einmal aus Versehen, da muss die Tür nicht hier weg zum Speck und weg sprengen. Ich muss gucken, wo die Boden sind. Ich seh die nicht mit einmal. Da oben. Kannst mal. Ich sperr mich aus. Oh, scheiße. Ich hab drei Sterne. Du kannst, warte, du kannst übernehmen, du kannst übernehmen. Du kannst, mach du jetzt auch Sterne für dich. Warte, du musst erst mal die Türen aufmachen. Ja, warte. Bleib bisschen reinkommen. Warte, bleib du, bleib du draußen. Ich hab die Türen aufgemacht. Ich hab jetzt eh einen Stern. Ich hab jetzt auch einen Stern. Komm rein, komm rein. Komm rein, sonst mach's glänzen. Ich hab mir diese Papp jetzt geholt. Diese Kapkan-Papp. Ja, ich meine. Ne, das Auto reicht. Ey, lol, das Auto ist verpackt, glaub ich. Komm rein, komm. Florian, die Tür ist zugegangen. Du Idiot. Ja, du. Ich hab... Was machst du denn komplett? Ja, die Tür ist zugegangen. Du bist einfach zu weit vorne gegangen. Lass den in den nächsten Laden mit sterben. Der, der, der vom letzten Mal drin war. Ja, ich hab markiert, ich hab markiert. Was ist der, Velani? Das ist der, ja. Hier, dich wieder, hier, dich wieder. Ja, ich hab gar kein Leben abgezogen. Ich hab gar kein Leben abgezogen. Jedes Mal schließen wir uns da aus, ne? Letztes Mal bist du auch schon wieder rausgegangen. Ja, weil du mal draußen stehst. Ja, und du nicht drin, also, hä? Ja, ist langgehalten. Ja, man kann nicht nach hinten schießen, ne? Nö, ja, ist ja auch irgendwie cool mit sich, aber... Jetzt komm mal drüber, ne? Boah, Alter, ich hab hier mal just gespürt, ne? Boah, ja. Der Wagen ist aber schon etwas Angstkuss. Dann kann er auch nicht nach hinten schießen, weil ich weinig habe. Boah! 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 Lässt du mich dann ab? Dann räum ich den Laden aus. Ich deck dich dann so lange. Soll steck aus! Ah, Herr González, baaah, Herr González deckt mich. Komm schnell. Ah, da kann ich, komm, oh, schnell. Ich deck dich, ich mach schnell, mach schnell. Ist, ist, kommen wir noch lang, sorry. Nein, ich hab' die Runde verloren, ich hab' die Oberträume. Warte, 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 sie wäre WD wie letzte. Wollt man die neue Pappung? Warte, die hier? Nee, die ist nicht neu. Das wegt, Großmorgapit? Nein, Halt. Eine normale Fahrt macht mehr Schaden, oder? Ja natürlich, auch das mehr. Für die Zehnerautomast. Ich glaube bei diesem anderen Supermarkt hatten wir aber meistens Spaß. Ich muss mich heilen. Warte mal. Tschüssi. Warum schießt ihr die Felden da rein? Wer muss mich heilen? Ich nehme mich jetzt gerade. Ich schieße immer gegen die Tür, aber okay. Ich schieße immer gegen die Tür. Da kommt die Tür zu hoch. Ja, danke. Okay. Könnte sein dass der Laden jetzt brennt. Ich schieße immer gegen die Tür. Warte, warte mal. Warte, warte mal. Warte, warte mal. Warte, warte mal. Warte, lass mal rein, lass mal rein, lass mal rein, bitte. Warte, warte. Warte, warte. Warte. Warte, warte, der kommt ja. Warte, warte mal rein. Warte, warte mal rein. Warte, warte mal rein. Warte, warte mal rein. Jetzt kommt... Ja, guck mal rein. Warte, lass mal rein. Lass es mal rein, lass es mal rennen. Oh, jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt welche. Oh, jetzt kommt jetzt vier. Der liegt noch. Gut, weil es die vier. Auf der Untersuchung ist das eh direkt, ich habe dich weggeschossen. Warte, 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 das ist zu langweilig. Es sollte mal mehr kommen. Was ist das? Ich bleibe da schon mal rein. Warte, schau mal, schau mal, lass mal, wenn die reinkommen, redet die Wegfenzen. Wenn die reinkommen, drinnen oder? Ja ok, ja ok, schieß doch immer noch auf die. Warte, warte, warte. Komm mich rein, das passiert, ich muss den abschießen. Warte, ok, die sind jetzt rein, Leute. Oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt warten wir, bis wir hier reinkommen. Ja, der hat geschrieben. Aber jetzt kommt einer, jetzt kommt einer, warte, 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 warte. Ja, da war der Pumpe, das ist gefährlich, das ist gefährlich. Ok, der eine kommt rein. Oh, der eine lebt noch. Oh, der ist jetzt hinterm Tresen. Nein. Er hat mich. Er holt beide, er holt beide. Oh mein Gott. Hat er den Fultor nicht geholt? Oh mein Gott. Der Attaker war so los und hat den einfach nach hinten geholt. Ja, ich meine, von der MPC war fahnd so direkt tot. Danke dafür. Das ist Justus neben dir. Ja. Nicht direkt. Hallo. Hallo. Mache da. Warte, kann ich nicht so weg? Schafft man das so? Jetzt brauchen wir euch nicht doppelt. Hallo. 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 Lass mal jetzt hinten rein und dann Taschenab-Macken. Oh Gott. Ich bin da von zwei Leuten mit Pumpe gefickt gleichzeitig. Ja, verdient. Ja. Digga. Ich bin einfach schon wieder in Afrika. Selebrita. Warte, warte. Komm, komm mal, komm mal her. Ja, ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Also im Laden. Komm in den Laden. Ich will Taschenab-Action-Hit machen. Ich glaube, ich hab ein Floss-Motorrad wieder angefordert. Macht die ganze Zeit den gleichen Laden, oder wie? Oh ne, das ist sogar mein Motorrad, warum auch immer. Ey, macht die ganze Zeit den gleichen Laden. Ja, wir vercampen uns da drin. Warum? Ey, das ist voll geil. Das haben wir schon letztens gemacht. Und was macht ihr? Ja, wir campen. Ja, ich bin mit Taschenab-Gefahr. 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 Nein, ich bin in der Tür. Warte, mit Boost. Ey, wollt ihr den Taschenab mit kaputt schlagen? Ja, den Bullen töten mit dem Taschenab. Ja, die Bullen töten mit dem Taschenab. Und schießen die nicht vorher euch ab. Oh, nein, hab ich... Ja, okay, danke. Ja, cool, ne? Ja, cool, ne? Und das schon? Ey, warte, ich bin... Ich kann das Ding halt, warte mal. Wo waren irgendwie Sterne? Warte mal. Funktionieren die Klingen auch, wenn ich nicht drauf bin? Nee, okay. Ja, warte, hast du eine Sterne? Warte, warte, warte. Ja, ich hab drei. Warte, warte, lass ich mal reinkommen, lass ich mal reinkommen, die kommen gegen meinen Motor. Geh mal nach hinten, geh mal nach hinten, geh mal nach hinten, damit hier nicht irgendwie über den Tresen schießen und mich erwischen. Ich will mal gucken, was passiert. Und ich hab ja keine Sterne. Nein, geh weg, geh nach hinten. Ja, ich mach mal aus. Ja, ich mach mal aus. Ja, ich mach mal aus. Lass mich mal ganz gut aus. Lollte ein, die kommen nicht rein. Da kriegst du Sterne? Hast du immer noch Sterne aktiv? Ja, total. Die sind jetzt voll viele. Boah, da kommen richtig viele jetzt rein. Oh, warte, warte, die kommen nicht rein gegen meinen Motorrad. Warte, ich fahr mal ein bisschen nach hinten. Ja, cool, dann lass sie doch rein. Nee, ich fahr ein bisschen nach hinten. Oh, der eine SWAT-Typ ist drin. Oh, der eine SWAT-Typ ist drin. Eh, eh, was? Echt? Boah, 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 boah. Ah, zack Schlappe. Ja. Jetzt hab ich sie alle. Ja, oder auch nicht. Ja, jetzt hab ich halt noch eine Sterne. Das war geil. Oh, warte. Wie ist das? Wie ist das? Ich schätze die Trottel für den Gerotten. Komm, jetzt mach ich weiter. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Ja, du ziehst durch und mich lässt zu allein. Wie ist das? Ja, ist halt da. Ja, ist halt da. Ja, ist halt da. Wie ist das? Oh nein, das wurde beschlagnahmt. Scheiße. Komm einfach hin. Nein, wir brauchen noch keinen Muttiplotiv. Ich will aber so eins hinschneiden, so zu blockieren. Ja, okay. Ich nehm meins mit. Wir brauchen noch nicht blockieren. Das ist so. Meins ist eigentlich geiler. Alter, was ist zum F*** auf? Wir schnälen noch beide unsere rein. Warte. Passt eins überhaupt? Das passt. Das passt. F***. Doch. Ja, man sieht's. Das ist Obst im Haus. Ja, okay. Mal gucken, ob eins mit Flügeln reinlassen. Warte, warte. Ich bin auf dem... Guck mal, guck mal. Ich bin jetzt am Schrank. Ich bin jetzt am Schrank. Da hinter den Zigaretten. Da hinter den Zigaretten, ne? Hinter den Zigaretten, ne? Da, wo Redwood steht. Guck mal, guck mal. Nein, ich schaff's einfach mit dem normalen auch nicht. Ich war dahinter. Ich war in der Wand. Ja, okay. Ich sterbe einfach gleich weiter. Boah. Ich bin aber gestorben, ne? Echt? Ja, weil ich den Boost aktiviert hab im Laden. Glaub ich ja auch schon. Das ist dreimal, aber... Holy Shit, ich bin irgendwie runtergeflogen und gegens Regal geprallt. Und viele Autos, die nach vorne stehen. Boah, ich bin richtig gegen die Decke geklatscht. Ja, aber man lebt trotzdem. Ja. Ja, cool. Wo ist man jetzt? Dieser... Spiritusladen ist gesch... Ey, geh doch mal von meinem runter, Alter. Mein Teil ist kaputt, Leute. Wie kannst du mich eigentlich töten? So für dich nimmt sie... Ach so, lass nicht Dings an. Ja, jetzt haben wir mal der Ladenbrennt jetzt gut. Läuft. Morse Mutual, we're here to help. I'll look into it. Was? Morse Mutual? How can I be of service? Sure. Gibt's denn nicht eine Taste für alle anfordern? Ja, ich hab mich auch noch gemacht. MMI, we expect... Okay. Morse Mutual Insurance. How can we help you? I think we can handle that. Danke. Danke. Als Alter, kann ich meine ballistische Ausrüstung anfordern? Ja. Ja. Warte, im Notfall nehme ich einfach meinen ersten Bandito. Obwohl, ich glaube, hier kann man nicht... Okay, hast du hinten alles drin? Ja, ein Motorrad ist gleich. Gewonnen. Ein Von-Bling. Was? Du hast jetzt einen impactiert. Warte, wo hast du nichts? Ja. Du hast dich. Du hast und schlapp. Einsteig, hab ich Ja, fass mich gut, ey Komm, deine Hone ist jetzt Oh, das Polizeiauto Komm rein Ah, ah, er weint Ich geh jetzt rein, was soll Äh, er weint Ist man da Tresen oder direkt Taschenlampe eigentlich? Erstmal Tresen und dann Taschenlampe Weil wir vier Sterne haben Ich hab drei Oh, nee, Alter Oh, nein, geh weg, geh Nein, hier ist die vier Nein, du Ich bin auf deinen Spot, Alter Du bist immer auf meinem, ne? Ja, was? Warte mal hin Bis umrennen kann das nicht raus Ja Naja, jetzt komm Nein, nein, du bist tot Du bist nicht, du bist rein Bei wem denn? Ich hab vier Sterne, du auch? Nein Nein Danke Was ist jetzt? Jetzt hab ich Okay, lass rein, lass rein, lass rein Ich bin nicht wieder da, kannst aber schon starten Ich bin nicht wieder hier Warte, warte mal, ich muss jetzt Taschenlampe auspacken Warte, sollen wir erst mal nur Pump töten? Der hat einfach Nein, erst mal direkt das Schnappen Jetzt geht's los mit Sascha im Action Kann man so direkt schlagen? Nee, kann man nicht Lagen Einfach so dahin ziehen Oh nein, die kommen jetzt Die haben mich schon getroffen Der ist hier Einer ist hier Einer ist hier Ich hab Notfall 24 Zünd den aber nicht Nein, nur in Notfall, wenn sie sich sieben Leute so gefühlt Gleichzeitig kommen wir alle Guck mal, wie viele vor der Tür stehen Vor der Tür stehen Vor der Tür stehen sechs Leute Ja Was? Das sind auch auf der Straße Okay, einer drin Zwei Ne, geh da raus direkt Einer geh da raus Hä? Geht der noch? Einer ist rot Ah, Taschen Im Vorderraum Kommt noch einer, kommt noch einer Zwei, zwei, zwei Drei Oh, oh Ah, wir nach hinten Wir nach hinten Oh, oh wie scheiße Ich boxe mich Warte, ich kann 64 Warte, Einer ist noch da Wenn das close Zwei, zwei, zwei Warte, die gehen wieder raus Sie gehen wieder raus Sie gehen wieder raus Es ist keiner noch wieder drin Jetzt kommt wieder Einer Jetzt kommt wieder Einer Oh, scheiße Ebst du dich glaub ich Ah Einmal waren sechs Ah, der Kart schafft das Ach, der Motorrad Ich verbrenne, Alter Ich bin fast verbrannt Ich bin fast verbrannt Wenn du jetzt verbrennst da drin Sieht so aus wie easy Ja, ich bin verbrannt Jetzt bin ich verbrannt Jetzt bin ich verbrannt Da kannst du dir nicht Arzt Schneller geht's Was ist der hier? Ne, hä, wo waren wir denn gerade? Hä? Ah ne, wir waren an dem Wie weit wie weg gespawnt wurden? 2 Kilometer, ne? 2 Kilometer, ne? Wo waren wir denn gerade? Welchen Plan hat er bekannt? Welchen Plan hat er bekannt? Da hin? Äh, hä? Ah, das ist ja nicht meine Machierung Ja, doch, sieh 1 Kilometer Hey, man, was los? Oh, mein Gott! Pfff Pfff Stürme 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 Das ist der nicht Meines der Haus Das ist der nicht, aber lass mal den probieren Da wo ich bin Das ist so ne Tankstelle hier. Hast du sie jetzt? Markier mal nochmal. Wo bist du? Da wo ich bin, aber das ist nicht die. Das ist hier so ne Tankstelle. Guck mal. Aber das ist keine, das ist nicht die von letztem Mal. Die ist glaube ich geschlossen, die wird nicht angezeigt. Oh! Oh, das war schon, ja. Oder soll ich schon Action machen? Das ist so ein geiler Clip im Film. Wäre ich jetzt oben geblieben, dann wäre das 400 IQ gewesen. Also ich sag, dass wir Kameras haben, dass ich wusste. Digga, das war so ein geiler Jump. Auf dem Casino oben drauf gelandet und dann leider wieder runtergefallen. Ich hab schon 3 Sterne, ne? Hä, sag doch was Alter, du bist so stuhl wieder. Du spielst wieder Spielposten mit dir selber. Ja, oder so. Haha, ich hab noch schlechter, ich kann man einfach gar nicht. Aber stirbt so alles. Kommst du rein? Ich hab 3 Sterne. Ja, ich würd halt gerne wissen. Aber hier, in dem ist es mal was Neues. Das ist halt derselbe da, aber der hat nicht angezeigt wie auf der Karte. Nein, das ist nicht der. Doch, das ist ja safe. Nein, das ist ja nicht. Das ist so ne Tankstelle hier, der ist geiler. Die haben die gerade mal gemacht. Der hat gestern den Turin zu. Ja, moin. Ich bin einfach an See gesprungen. Okay, ich wusste nicht mehr, wo das hier ein See ist. Wie toll ist das jetzt? 8000 Meter eigentlich. Jetzt haben wir ordentlich markiert, hat erkannt. MMI, we expect- I think we can do that. Ich hab ein Messer, Alter. Ich wollte so ein Archive. Oh, das ist doch so ein Fick. Da bist du ein Tankstelle, als wenn das gut ist. Ich hab Luft aus. Hier gibt's so- Die kann man so um die Ecke, muss man sich nicht. Ich hab BFG gerade gelegt. Die nächste Aufschreie, okay. Ich hab' die Idee, das ist gut. Oh, scheiße. Nein, ist die ganze Tanker hochgeflogen? Oder nur ein Teil? Eigentlich wollte ich mit Zweck, dass die ganze Tanker hochfliegen. Das ist ein Tankerfliegen. Das ist ein Fick. Das ist ein Fick. Das ist ein Fick. Ach, cooles Motorrad. Oh, das ist ein Fick. Was sie fängt. Oh, zwei Policies. Drei, komm rein. Jetzt Action. Ja! DASCHLAMPE! Ich hab zwei geholt und die Tasche schnappt. Bin tot. Also fast. Jetzt bin ich gerade noch länger, weil ich vorbei bin. Komm ich hab sie sogar in den Arsch gerettet. Weil ich muss mich kurz zielen und dann gehts schon. Geht schon weiter. Ich komm jetzt auch fast. Das ist aber auch lustig, wenn die da so hochkommen. Lass mal hier hinter der Tankstelle so ein Dach. Lass mal dann Sterne nehmen. Ja, die Helikopter. Nein, hier ist grad richtig geil. Wenn die am Fenster kommen direkt. Guck mal, wenn die hier direkt um die Ecke kommen. Ich trau, guck mal hier. Sack da. Warte, ach nee, ach das ist das. Ich hab den Arme in der Tasche. Geh weg, geh weg, geh weg. Ich hab den erschossen. Hier ist der Hinterraum, da wo ich stehe. Ja. Den einen hab ich. Den Waffen misshandelt. Nein, ich komm nicht mehr rein. Headshot. Oh mein Gott, meine ganze Wester haben die weggeballert. Warte, warte, warte. Nee, 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 nee. Nein. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Ich will jetzt einer rein, ich pump so. Ich mach mich doppelläufiger. Warte, jetzt kommt. Einer ist drin, warte, warte, warte. Wenn jetzt einer kommt, ich will den Direkterdschutz geben. Ich auch. Ich hab doppelläufiger am Start. Die doppelt, äh, die laufen einfach hinten rum, okay? Ja, die wollen so von hinten rum. Das war ja im Laden. Jetzt ist keiner mehr im Laden, okay. Ach, hier bin ich doppelläufig. Ey, die facken mich jetzt ab, warte. Die kommen jetzt aber rein. Oder stehst du denn sonst wieder oben? Hier ist Swat. Ist ja oben. Ist voll viele dort. Ja. Die kommen aber nicht rein, weil deswegen sind Regalen da ganz viele. Ich hab einen jetzt abgetötet, aber... Warte, warte, warte. Ja, ist noch ein da. Ja, warte. Wenn die kommt dann um die Ecke, dann schießt die halt erst zu mir. Oh, einer. So und sie. Warte. Einer kommt. Ja, der Easy wird erstmal von der Double-Ware gefeiert. Geht das tot. Ich war auch mit der Pumpe drauf. Lass mich mal jetzt. Warte, nee, ich muss hier kurz sein Stacks auf. Warte, hier kannst du dich auch anlehnen, guck mal. Guck mal, hier das anlehnen ist viel OP ja. Warte, du war, Florian. Ja, aber ich bin halt eigentlich kein Spiel. Mach diesen Menschen da weg. Oh. Oha. Oh, da ist doch gerettet, da ist doch gerettet. Oh. habe ich doch ich habe den weg ja nachdem ich drin war und er schon hinter mir stand das ist dann halt scheiße wenn die nur zwei schuss hat also ich nehme auch die normale die starke ich bin so tot Nein, nicht auf die Bullen, nicht auf die Bullen. BAM! BAM! Komm schnell rein, ich nenne die One-Shot. Ich hab den Rücken frei gehalten. Ja, cool. Cool, dass du mir den Rücken frei gehalten lässt. Du hattest mal ja gesehen, wie gut du das gemacht hast. Kann ich meine Emotionen anfordern? Nein, ich hab... Ah, die haben mich weggepappt. Und jetzt, dass sie wahrscheinlich meine Emotionen haben. Warte mal kurz. Meine mobile Corona-Zentrale. Ja, Athena wurde noch nicht geschickt, danke schon. Weiß ich nicht. Ja, das kommt immer so. Oh, Todesurteil hast du deswegen, weil du verlassen hast. Ja, ich weiß. Verdient er eigentlich auch. Ich verdient, Alter. Ja, weil du rausgegangen bist. Ja, ich muss halt mal meine Munition nachfüllen. Dafür wollte ich mir meine MOC halt. Achso, das ist die Spezielle Zahl, ne? Ja, ich will mal auf meine Pump... äh, explosive Pumpen... Wie hast du MK2 gemacht? Ja, du musst die Waffen aufrüsten. Alter, kannst du die gar nicht leisten? Den einen MK2... Nein, nein doch, ich bin bei Waffen aufrüsten. Nein, äh, bei... In... MOC, bei mir. Ja, du musst du in die Waffen... Was? Ah, okay... Ja, kann man. Ich weiß gar nicht, du musst halt... Du musst aufrüsten. Das kostet 90.000 oder so. Was? Ich kann da nur Munition kaufen... Und... Äh... Ja... Ich kann das auch nicht... Ich kann das nicht... Ich kann das nicht... Ich kann das nicht... Denn... Ich kann das nicht mehr weggehen... Wolltschatz... Hahaha... Alter... Ähm... Ähm... Hörst von aus, wenn's hier explodiert oder so? Nö... Okay... Wieso kann ich nicht in die Waffendinger gehen? Ich bin schon wieder verpackt... Digga, ist so hart verpackt alles... Ich geh jetzt mal meinen... Lächerlich... Josh, warum... Alter, nee... Komm's los? Warte... Das kann doch nicht sein... Das Kameraden... Vorbeihläuft und mich holt... Ich hör mir kurz... 45.000 kostet das... Wartag... Mit Explosiv-Munition... Acht Schuss... Warte, wo kann man denn hier noch... Muni holen... Ich hab nur 40 Schuss mit der Pump, ne? Keine Ahnung... Nicht pushen... Ich hab nur 40 Schuss mit der Pump, ne? Keine Ahnung... Nicht pushen... Vielleicht sechs... Wenn du willst... Ja, ich hab ja mal... Du willst' nicht, ne? Du willst' nicht, ne? Kannst du auch... Wir gehen nachher, ey... Los, aber ich hab' da... Ich hab' da ein... Ich hab' nur... Mal gucken... Hier ist es jetzt halt nicht so... Hier ist es halt sicherlich! als wir auf dem Weg waren EZ auch, aber der spielt ja gar nicht EZ hat ja auch Energy Scooter, aber hat nicht gezockt das ist halt null Sinn bei EZ so warte, Attacard, komm mal her, ich brauch dich mal als Testperson ja, tschock mal her komm mal her kurz er ist ja so wie ein Sklave Türkischer Sklave, komm her komm her, komm, oder was für ein Maid, Alter? Warte sagst du, das ist der Chef, Alter, das geht aber gar nicht wo ist jetzt? nein, ich abschieße ich hab noch mal versucht, ich fahr einfach mal nicht mehr, ich glaub eher nicht ich darf auch nicht die ist ja One-Shot, ne? aber ist ja Distanz das wäre das echte Wunscher, Pampus ja, ok, danke, Autofahrer komm mal zu mir, Attacard ja, das ist schon mal ne coole Variante, aber obwohl für so Pamp, wozu brauche ich mal Explo-Moni echt warte mal, guck mal, ich warte mir, Attacard, guck mal guck mal ne, ne, lass mal, lass doch ja, ok, dann halt nicht Sklave schießt auch gerne gegen seinen Herrn, das gibt's ja auch mal komm mal her, ich zeig dir das jetzt mal, komm mal her ein Auto, nicht an dir komm schnell, komm schnell, das Auto fährt, die Arme wird gleich ruhig ja, schau, jetzt machen wir mal kurz guck's weiter, kommt das nicht, ja, jetzt kommt kein Auto weiter breit hier doch, hier, hier, guck das ist One-Shot, alles das hab ich angefahren Jesus oh, er soll den Deckel runterholen oh mein Gott oh, er ist so ein Geben er schießt auf die Stelle oh, die sind alle die hab ich getötet, von Weitem, ist es einfach ja, halt zum Maul man sieht, du kannst immer drüber schießen, komm her ja, natürlich was machst du da, Alter ich kann von hier drüber schießen ja, man sieht die aber nicht oh, geil, war Spotlight ja oh, oh, du guck, ich hab den Outfahrer da hinten noch abgeschossen ja, toll ja, schätzt mich oh nein so ein bisschen Action, dann ist es sichbar oh, die Pappen sind grad so gesaved so ein bisschen ich Mate ich bin gut ich hab nicht noch ich bedankei Oben, offensichtlich blühen. Alter, dann kannst du mir abbauen. Alles klar? Ja. Ich bestell mir die Straßenautos aus meiner Gerade. Die mit Q-Aimen will. Sagt aber, dass die mir zugemacht werden kann. Das sind meine scheiß Autos. Der war von Familienwagen im Spiel. Sagt aber, wenn der da los ist. Ich bin auf Main oder so. Und dann von da aus versterben. Wie auf Main? Von Main. Einfach da erst mal ein paar Leute killen und dann auf Main. Die hatten die ganze Zeit 5 Sterne alle. Ich bin mal wiedergegangen. It's on the way. Okay, I got stuff to do. Bist du noch in meiner Sitzung? Ich hab keine Sterne, aber ein SWAT-Typ schießt an mich. Wieso ist da ein SWAT-Typ noch von dem Laden, wo wir eben waren? Der hat einfach die ganze Zeit da noch so ich esse groß. Schnauze, ey. Was machst du mit deiner Avenger? Haha, Maurice, Alter. Was machst du mit deiner Avenger jetzt? Ich wär ne gute Mut, glaube ich. Nichts, aber... Wolltest du wieder Luft rein, halbe Stunde machen, oder was? Wolltest du wieder Luft rein, halbe Stunde machen, oder was? Ja, ferne Schomburg. Wie Main? Was? Aber nicht? Mit deiner Avenger. Auf Main einfach Main-Gebäude. Was ist Main-Gebäude? Basebank also. Ey, Bruder. Kreuzgenjörg? Basebank nicht Main-Gebäude. Das heißt Main. Ja, cool, Alter. Hab ich dich getroffen? Also das ist der Messe. Du kannst du... das ist, du... dieses ZI, diese Zielung und alles... Also das ist voll im Schnitt. Dage, wenn man manchmal über einen Weg vor Fantasy Alex. Ich bin der besten Mechaniker in LS. Dann reden wir übernimmt. Das muss so zielgenau sein mit dem Scheißding. Heah. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Soll ich einfach Dings holen in Turtles und dann machen wir Action? Deine Turtles ist scheiße, meiner ist besser. Nein, ich will ihn ja testen. Dann holen wir unsere beiden einfach. Macht Glück. Ja, macht halt keinen Sinn, ne? Weil zu viert werden wir so besser. Du wirst eh gegen ihn verlieren. Hm? Ja, ich will eh gegen ihn verlieren. Er hat auch keiner gegen mich verloren, ganz einfach, du wirst auch gegen mich. Ja, ich auch. Cool, ne? Ja. Hä, die Penner haben einfach mehr Leben als, äh, mehr Geld als die anderen Leute. Was? Die Penner. Hast du gerne über die Töte mal? Äh, ich boxe grad ganz gut. Haha, hier bist du so. Das ist so. Das ist so. MATTETOP yieldern wird die genutelt. Ja, wunderbar. Sch concepts. Und dann dauert ich manchmal von einem Erkund. Yep, neb pulsiert. securedlich pesarst, weiß ich den toilet und verwelte ich nicht. Ich Hause Beaut squeezing alte Kilometer, das sieht alles Plaъ wel eigentlich. Du sagst. Und dann h�es gut gehen. Jo 죽不是aisia. Dann wird den vulk deserves Crawlyorum. Dann wird sich das Luiza. Wieso musstest du dich auch bewegen? Oh, Scheiss! Wieso läuft das so langsam? Und dann sprüht das so richtig weg? Oh ja! Warum geht es auf Sport? Warum geht es auf Sport? Cooles Night Oh, war noch knapp! Das war aus dem Druck gehört Ah, das hat irgendwie nur einmal getroffen Das hat irgendwie nur einmal getroffen Ja, verfehlt 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 Was machst du mit der Pfeil jetzt? Ja, genau! Was soll ich denn machen? Leid du schweiß ansterben! Ich bin jetzt erstes, ey! Ah! Verfehlt 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 Hey, which one of my skills is required? Ich bin wieder Goldstein. Can't handle the heat, my friend. Okay, leave it with creepy Uncle Lester. Ich bin noch mehr bei 3. So schlecht mit dir, Watercard. Du stehst einfach in der Ecke, ich fahr einfach in dir vorbei, du triffst nichts. Und ich lege einfach nur da. Das ist so attacad, das ist so schlecht. Das ist hier Glas. Nein, haus. Ja, mal noch mal. Ja, ich esse auch. Maul. Wie hast du es geschafft, da durchzuholen? Da kann ich lieber den dritten Gang einlegen, weil dann... Mit Bumpage. Ja, weiß ich, wegen Spannung. Nische. Who and Mary. Du bist jetzt reingegangen? Ja. Ey, ich glaub' alle raus. Ja, ich weiß. Soll ich es mal hier verschanzen? Soll ich es mal hier verschanzen? Ja, du Lappen, warum bannst du Twitch? Soll ich es mal hier verschanzen? Ja, okay, dann. Ja. Aber dann müssen wir jetzt hier oben in den Türken. Ja. Der Taschenlappe könnte man sogar hier gebrauchen. Hab ich noch nicht mal. Der Butt Operator, den ich noch nicht hab. Nein. Komm in mein CEO. Du bist leid, Bruder. Mann, Atakan, komm jetzt mal mit mir rein. Sorry. Hallo. Hallo. Neuer. Das sind sechs Runde-Marteile, Alter. Ja. Da bin ich einfach. Willst du jetzt noch einladen? Komm erst mal rein. Du musst erst mal einladen. Geht nicht. und sagt so dass er nicht verfügbar er hat mich so sein da ich bin doch schon raus obwohl war jetzt geht es geht es geht es geht ab die geschickt oder so jetzt wenn man auch mit dem Ursprung gewollt einleitend ein Dorf und ein Prozent noch Blumen darf man auf dem Blitz da kann wir können ja das heißt ja aber auch der Operator spielt das von dir, weil ich von ihm das Fahrzeug zerstört von dir ne Schildoperator ich weiß schon, dass es puzzlemäßig ist ich weiß schon, dass es puzzlemäßig ist ja das sieht man nicht mehr ich bleibe lieber hier oben oh die Bullen kommen ey Atakan, hier hinter der Ecke, hier hinter der Ecke hier hier, hier 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 Taschenlampe, komm hier hinter, du AGs anderer Seite ja wir sind gerade im Türkenfeld also geh auf die andere Seite, hier mit Taschenlampe nein ey Bro Bro ja ich bin beim 1 gegen 1 mit deinem Trade Operator oh nein Atakan, du Idiot, Mann hä, gestern ich hab gestern gar kein Dings gespielt guck aus damals man ist die ganze Zeit alle Pum komm her Florian ja ja die war die war ich kann die voll gut mit Taschenlampe hier holen weil die kommen was für ne Schildoperator was sagst du? sei klar, komm, komm, komm ja das kommt doch einer ey mit Taschenlampe geht das voll gut hier es geht echt voll gut, ich hab noch keinen Hit bekommen was auf ihr seht das oder wie? zwei, der eine, der lebt noch, der lebt noch, der lebt noch egal, egal, der lebt ja bist du dumm, was machst du denn? ey wir sind zu gar nicht reinkommen bei mir waren du machst, du machst einfach gar nicht du Idi jetzt hab ich dich getötet ja toll, du hast aber... wieso schlägst du denn für den Typen? äh, ach, ich hab eh genug oh, ja echt, das geht echt voll gut wenn ihr so um die Ecke kommt, kannst du verschlagen, ne? ja, deswegen die rennen weg hier ist einer, der hat einen Neuwestern die gibt's noch nicht oh, oh, zwei Pups die haben mich so hochgenommen, zwei Slotten Pups hmm komm, komm 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 ich komm wieder hin komm, komm komm ja komm, komm komm um um schlern holen auf den netten und eine Pistole hehehe 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 oh scheiße ich geh da weg keine Wachen der ist wieder normal guck mal hier tanzen die du musst hier drin schießen sonst können wir nichts machen ja 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 danke Antarkant wenn du blockierst jetzt rein ja toll danke hast du toll gemacht Antarkant ich hab hier nicht guck sag mal komm mal ja ich beeil mich ja aber der kommt ja kommt ins Wort rein gerade haha ich hab nicht hehehe die ganzen Noten liegen da ja schön schön oh ich hab den einen voll in die Eier geschlagen neben das Worttypen jetzt haben wir gestorben komm her, er kann schnell Lorenz stirbt durch einen Eierschlag hehehe der Katz stirbt durch Türk-Türk-Türk-Türk-Türk-Türk-Türk-Türk-Türk-Türk-Türk guck 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 gu warte ich hab irgendwie verdient schon die plattform leute sind ich hätte nur die Pistoltypen, die wären viel lustiger was machen wir jetzt? 50 Minuten kann man sich auch nicht